Er war jetzt ein bisschen weg vom Fenster, ist jetzt aber zurück, arbeitet mit Funkvater Frank fleißig an der Fertigstellung des kommenden Albums Mann beißt Hund und als kleines Leckerli, so hat es auf jeden Fall Frankie auf Instagram gesagt, gibt es jetzt erstmal den Glucki Freestyle. Das ist kein Track, der auf dem Album landen wird, sondern nur ein Dankeschön für die Geduld, weil die Jungs wissen glaube ich selber, dass sie uns nach Malik jetzt relativ lange auf die Folter gespannt haben. Malik kam November oder Dezember, ich weiß auf jeden Fall Dezember, so um die Weihnachtstage herum kam die 2.1.6 Akustikversion mit Georgia Smith zusammen raus in den Machiavelli Sessions. Meintest du nicht letztens auch erst noch, dass es wieder endlich Zeit wird für OG Kimo Output? Das war hier letzte oder vorletzte Woche? Ich weiß nicht, ob du da schon mehr wusstest oder ob das einfach so ins Blaue gesagt wird. Nee, ich habe erst diese Woche eine Mail bekommen, in der es dann angekündigt wurde, dass es jetzt weitergeht. Malik kam am 17. Dezember. Süßte. So, jetzt sind wir hier zurück im Game und es ist auf jeden Fall wild. Also für mich klingt es schon wieder ab der ersten Sekunde quasi anders als das meiste oder fast alles, was Deutschrap so serviert. Weil das, was du als erstes zu hören bekommst, ist halt diese super dumpfe Kick. Ich kann es noch nicht mal mehr, also es gibt nicht ein Adjektiv, mit dem ich das jetzt beschreiben könnte. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr brachiale Kick, die so klingt, als wäre die in einer Luftblase unter Wasser. Und irgendwie so ein bisschen verzerrt und so. Und das ist halt das, was du erstmal in den ersten Sekunden so vor den Latz gewämst kriegst. Vor die Butze. Vor die Butze geschallert. Und dann kommen so kleine Pieps-Sounds rein. Ich weiß nicht, hast du damals die ersten Pokémon-Editionen gespielt? Boah, ich also als Pokémon so den ersten Hype hatte, war ich glaube ich vier oder fünf. Und die ersten 50 oder 100 konnte ich mal auswendig. Und dann habe ich aber ganz schnell das Interesse daran verloren. Deswegen lautet die Antwort, glaube ich, nein. Okay. Ich bin absolut kein Pokémon-Experte. Ich kenne nur die Mainstream-Fame-Pokémons. Okay. Ja, also bei Pokémon Rot und Blau gibt es auf jeden Fall diese Geisterstadt. Lavandia. Und da gibt es eine relativ gruselige Melodie, wenn man so möchte. Wenn man sich da reinversetzt und die auf sich wirken lässt, dann kann die gruselig sein. Und daran haben mich auf jeden Fall hier diese Pieps-Sounds so ein bisschen erinnert. Also es ist schon mal, es sind sehr hohe Sounds jetzt drin und sehr asoziale Bässe. Und ja, das ist die Grundlage, auf der OG Chemo dann den kompletten Track über Dinge auf Glacki reimt. Das ist ja so, seit Jahren in der cited Reihe des R effekts. Vielen Dank.